Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer kleinen Pressekonferenz, zu unserer Präsentation unseres neuen Projektes Green Balanced. Und ich möchte Ihnen euch gerne vorstellen hier auf dem Podium, nämlich weil wir von Mobil in Deutschland das ja nicht alleine gemacht haben, sondern das eine wirklich schöne Kooperation ist und zwar zusammen mit dabei war. Den Herrn Fausch zu meiner, vielleicht, Herr Fausch, können Sie sich doch schnell selber kurz vorstellen, damit jeder gleich weiß, wer Sie sind, was Sie machen bei der BAIBA. Das mache ich sehr gerne, vielen Dank. Tobias Fausch, ich bin der CIO der BAIBA und in dieser Funktion zuständig für alle Belange der IT, das ist jetzt keine Überraschung, aber insbesondere auch für Themen rund um Nachhaltigkeit und da sind wir besonders im Bereich Smart Farming, aber auch mit Patenschaften, Combine unterwegs und das ist das, was wir heute vorstellen werden. Genau, und auch noch freue ich mich besonders, Morsi, dass du mit an Bord bist, beziehungsweise von euch auch die Initiative kam zu diesem Projekt. Vielleicht machst du dir auch noch kurz vorstelle? Vielen Dank uns dabei zu haben und vielen Dank und ich freue mich mega, dass unser Projekt anfängt. Mein Name ist Marcel Nussay und ich bin zuständig für Business Development Projects und arbeite ich mit oder für Tobias Fausch, CIO BAIBA. Danke. Und zu meiner Linken haben wir die Julia Ast und die Julia Ast leitet bei uns das Projekt. Genau. Ja, bevor wir einsteigen, würde ich sagen, wir haben einen kleinen Film vorbereitet, den wir tatsächlich online stellen. Wir sind im Moment auch online gegangen mit unserer Seite, auch das sei hier betont. Nämlich genau um 10 Uhr sind wir online gegangen, aber damit Sie den ersten Eindruck gewinnen und damit es auch ein bisschen leichter ist, der Entrance, hier ein kleiner Film zum Thema Behindertest. Das Auto ist Verkehrsmittel Nummer 1 in Deutschland. Das vergisst man oft und gerne. Und zwar nicht nur auf dem Land, wo man natürlich auch das Auto besonders angewiesen ist, sondern vor allem auch mit Städten. In München beispielsweise Verkehrsmittel Nummer 1 mit Großmacht. Und das wird auf absehbare Zeit auch so bleiben. Deutschland hat 48,5 Millionen zugelassene Pkw. Und ungefähr 48 Millionen Pkw in Deutschland sind Verbrenner-Pkw. Ich habe gehört, wenn man Pressekonferenzen Beifall bekommt, dann ist eigentlich das Ding schon durch. Wir fangen erst an. Vielen Dank. Und um Ihnen unser Projekt eben unser gemeinsames, schönes Projekt eben vorzustellen, Green Balanced. Wir haben es schon im Film auch gehört, eingangs, das Auto ist Hauptverkehrsmittel Nummer 1 in Deutschland. Und zwar mit großem Abstand. Besonders natürlich auch im ländlichen Raum, aber genauso auch in den Städten. Wir haben in Deutschland 48,5 Millionen zugelassene Pkw, so viel wie noch nie. Und davon 48 Millionen Pkw reine Verbrenner, beziehungsweise auch Hybridverbrenner. Und auch in der Stadt wie München, auch wenn man das gar nicht glauben mag, und die Stadt hört das gar nicht so gerne, sind 59 Prozent der Personenkilometer, die zurückgelegt werden, 59 Prozent aller Personenkilometer in dieser Stadt mit dem Auto zurückgelegt. Wenn natürlich gerade in der Innenstadt auch andere Verkehrsmittel da eine große Rolle spielen. Andererseits ist natürlich eines der größten Probleme, die es gerade zu lösen gibt in der Welt, die Veränderung des Klimas, das irgendwie auch jeden betrifft. Und auch hier hat der Verkehrssektor natürlich einen Beitrag, hat der Verkehrssektor natürlich einen Bereich und ist dafür mitverantwortlich. Und da setzen viele auf Verbote und Einschränkungen. Dieselfahrverbote zum Beispiel. Das Thema Tempolimit ist ein ganz großes Thema. Oder das Thema hohe Sprintpreise kommt natürlich gerade ganz hoch auf der Agenda im Moment. Und die EU diskutiert gerade das Thema Verbrennerverbote bis 2035. Also wie passt das zusammen? Auf der einen Seite das hohe Mobilitätsaufkommen, auf der anderen Seite der wichtige Punkt auf der Agenda Klimawandel, wo wir eben was ändern müssen. Und viele Leute können eben einfach nicht sofort auf ihr Auto verzichten. Es geht, dass ihnen das Auto genommen wird, dass verboten wird. Wir sagen, es geht auch ohne Verbote. Und da ist eben unser neuer Ansatz, eben Green Balanced. Green Balanced vereint Mobilität und Klimaschutz eben für Autofahrer. Das Motto lautet Kompensieren statt Verbieten. Ein ganz wichtiger Punkt. Und vor allem nachhaltig. CO2-Kompensation eben dort, wo CO2 entsteht, vor Ort, eben um eben möglichst CO2-neutrale Mobilität schaffen zu können. Das Klima hat sich verändert in den letzten Jahren. Und auch wenn wir in Deutschland eine abnehmende CO2-Kurve haben, so hat der Verkehrssektor doch am Gesamt-CO2-Ausstoß in Deutschland ungefähr 20 Prozent. Wir sprechen hier von ungefähr 148 Millionen Tonnen CO2 auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es schon viele gute und positive Entwicklungen wie in dem Bereich Verkehrssektor Elektromobilität, Brennstoffzelle, Biokraftstoffe oder auch synthetische Kraftstoffe, wo viel gemacht wird. Aber wie so alles, wenn Ingenieure mit im Boot sind und entwickeln müssen, es dauert eben auch lange. Aber was kann man jetzt eben für den Klimaschutz tun und zwar im Moment und zwar auch eben ohne Verzicht und Verbote, sodass trotzdem CO2 reduziert werden darf und man eben nicht auf das Auto verzichten muss. Und viele Leute können sich eben im Moment doch kein E-Mobil beispielsweise kaufen, weil sie es vielleicht nicht können oder aber auch nicht wollen und wollen eben trotzdem an die bestehende Infrastruktur, die man hart anknüpfen und zwar die der Energieversorgung, aber die des eigenen Fahrzeugs natürlich auch. Mit dem eigenen Diesel, mit dem eigenen Benziner. Weil man eben auch positive Erfahrungen mit den eigenen Fahrzeugen, mit dem eigenen Auto hat. Das Ganze ist ja nicht von heute auf morgen gekommen, sondern Autos gibt es ja seit deutlich über 100 Jahren. Der Diesel hat mittlerweile ein Jubiläum, nämlich 125 Jahre Entwicklung hinter sich. Das ist schon eine lange Zeit und die Leute haben gelebt mit dieser Infrastruktur, mit diesen Fahrzeugen eben auch umzugehen. Zuverlässigkeit, Gewohnheit, Sicherheit und ein wichtiger Punkt auch Reichweite sind die eben entsprechenden Parameter. Und die Menschen sagen sich da, never change a running system. Eben gute Argumente eben um diese Infrastruktur auch beizuhalten. Doch wie können wir als Autofahrer nun einen Beitrag eben leisten? Autofahren und Klimaschutz schließen sich nicht raus. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und zwar auch mit dem Thema Verbrennerfahrzeug. Und deswegen eben unser Projekt Green Balance, das sich eben dieser Kompensation von CO2 und Nachhaltigkeit und Regionalität eben hier anschließt. Wie funktioniert das Ganze? Herr Vorsch will Ihnen dazu auch noch gleich ein bisschen was erzählen. Aber im Wesentlichen funktioniert es, wie schon im Film auch gesehen, über die Neupflanzung von Bäumen, über die Aufforstung von Wäldern, Neubeforstung von Wäldern. In dem man eben für seine Tonne mit Hilfe eines CO2 Rechners, der im Übrigen gerade bei uns online live gegangen ist, auf unserer Seite, auf Green Balance, eben ausrechnen kann, wie viel CO2 man erzeugt. Und dafür gibt es ein Zertifikat. Und dafür werden Bäume gepflanzt. Damit man sich das auch wirklich plastisch gut vorstellen kann. Wir haben gerade gesehen, wie es gemacht wird. Ich habe es übrigens auch selber gemacht. Und es hat Spaß gemacht. So viel kann ich Ihnen schon mal hier so verraten. Gibt es sowas schon, wurde ich gefragt. Ja, international gibt es solche Zertifikate schon. Das Golden Standard Zertifikat, mit dem wir arbeiten, ist bereits internationalisiert. Aber eben vor allem mit internationalen Projekten. Da haben Sie Projekte in Südamerika, da gibt es in Afrika Projekte, aber genauso in Indien Projekte, mit denen das Ganze kombiniert wird. Regional in dieser Form als Autofahrer haben wir dieses Projekt noch nicht. Und wir sagen eben, jeder, der seine Mobilität liebt, aber gleichzeitig trotzdem ein lebenswertes Klima einstehen will, kann eben seine CO2-Emissionen ausgleichen. Durch Green Balance eben, das ist der CO2-Ausgleich für das Auto. Auf einen Nenner gebracht, CO2-Kompensation dort, wo CO2 entsteht. Kompensieren statt verbieten. Und so bleibt die Zukunft erhalten. Dankeschön. Herr Falsch, bitte. Ja, dann würde ich gerne daran anschließen. Herr Harberland hat ja sehr schön erklärt, warum diese Kompensation hilfreich und notwendig ist. Und ich möchte ein bisschen was dazu sagen, wie wir das machen. Nachhaltigkeit ist wichtig für die Umwelt. Das wissen wir. Der Klimawandel ist spürbar. Wir haben im Film gesehen, dass im Wald das heute auch greifbar ist und nicht nur im Wald. Wir hören es in den Nachrichten. Wir hören es auf der COP27-Konferenz. Wir sehen auch, wie zäh es ist, am Klima etwas zu machen. Weil das, was wir heute tun, erst sehr viel später wirkt. Für mich ist das immer so, dass ich sage, Klima hat einen Wert, aber keinen Preis. Und die Schwierigkeit ist also, wie kriegt man Personen dazu, dass sie heute etwas fürs Klima tun, auch wenn die Wirkung davon erst in mehreren Jahren sichtbar werden wird. Die zweite Sache ist, das, was man heute macht, muss nachhaltig sein. Das heißt, es geht nicht darum, einen kurzen Fleischleit auf ein Thema zu stellen, dann wieder zu vergessen, sondern das muss lange Wirkung haben. Und das war die Motivation für uns, dass wir gesagt haben, wir möchten das über eine Plattform unterstützen, technisch eine IT-Plattform, die ermöglicht, dass das, was wir einbringen können, nämlich auf der einen Seite Personen, die Wald in diesem Fall betreiben, also auch wirklich Wald bauen, umbauen, pflegen können, dass die die Chance kriegen, um unterstützt zu werden von den Leuten, die CO2 produzieren. Wald als Baumbestand bindet CO2. Das ist ja die große Herausforderung für den Klimaschutz. Wie können wir CO2 aus der Atmosphäre rausnehmen? Die Photosynthese gibt es kostenlos. Den Wald gibt es da, wo man ihn baut. Der ist nicht mehr kostenlos. Und da muss man einfach gucken, wie kann man über Wald CO2 aus der Atmosphäre binden. Und das ist das, womit wir das, was der Autofahrer an Benzin braucht, kompensieren können und wollen. Jetzt ist es natürlich eben, wie gesagt, wichtig, dass das Ganze nachhaltig ist. Das heißt, wie kriegen wir das hin, dass es nachhaltig gemacht wird? Auf der einen Seite, indem man sagt, wir haben einen zertifizierten, nach Goldstandard zertifiziertes Zertifikat. Und mit dem können wir bilanzierbar zeigen, dass wir etwas machen. Das passiert aber, wie schon gesagt, typischerweise in Indien, Südamerika, in Schwellen- und Entwicklungsländern, aber nicht hier vor Ort. Und wenn wir sagen, wir möchten aber da, wo der CO2-Ausstoß passiert, kompensieren, dann sind das regionale Projekte. Und was wir jetzt eben geschaffen haben, ist eine gemeinsame Plattform, wo wir sagen, wir stellen sicher, dass die Waldprojekte auch tatsächlich stattfinden, weil wir die Personen, die das machen, kennen, weil wir verifizieren können, dass dieser Wald wirklich angebaut und nachhaltig angebaut wird. Das heißt, wir werden nach zehn Jahren nachschauen, ob das immer noch so ist. Und auf die Art können wir sicherstellen, dass die Maßnahmen, die heute ergriffen werden, auch wirklich langfristig wirken. Wenn man sich das anguckt, ist es aber auch eine Riesenherausforderung, das wird auch in dem Film schon gesagt, man kann nicht einfach das, was da ist, am Wald nachpflanzen, weil sich das Klima verändert. Das heißt, man muss ausschauen, welche Art von Verbauung brauche ich. Wie muss der Wald angesetzt werden, weil die Bäume ja viele Jahre brauchen, bis sie groß sind, bis sie geerntet werden können. Und sie müssen dann zum Klima passen. Das heißt, eine der großen Herausforderungen ist, wie wird sich eigentlich das Klima in Zukunft verändert haben, sodass dann, wenn die Bäume groß sind und entsprechend auch viel Wirkung haben, dass sie dann zu dem Klima, das da ist, auch wirklich passen. Und das sind Themen, die auch wieder ganz wesentlich dafür sind, wie entwickelt sich eigentlich das Klima weiter. Und mit diesen Fragestellungen muss man sich auseinandersetzen, wenn man das wirklich nachhaltig gestalten können will, um dann auch eine echte Kompensationsleistung zu haben. Und nicht nur einfach gesagt haben, ja, ein bisschen Aktionismus, ich habe mal ein Bäumchen gepflanzt. Das sind so einfach Herausforderungen, die sich auf jeden Fall da immer mit ergeben. Und wir wollen das über die Plattform dokumentieren. Das heißt, wir zeigen das und wie das gemacht wird. Es ist auf der Plattform einsehbar und damit können wir zeigen, dass das eben auch nachhaltig passiert. Ja, vielen Dank, Herr Fausch. Es ist tatsächlich so. Deswegen, als ich gefragt wurde, ist denn das wirklich regional und einzigartig? Ja, gewisse Einzigartigkeit haben wir. Das ist das Schöne an solchen Projekten. Wie funktioniert es dann in der Praxis? Wir haben uns wirklich auch Gedanken gemacht. Also wir haben fast ein Jahr lang jetzt an diesem Projekt gearbeitet, geschaut, wie kriegen wir die Schnittstellen am besten hin, wie können wir das alles umsetzen? Wie funktioniert es dann auch praktisch natürlich vor Ort? Wie funktioniert es mit den Baumpflanzungen? Welche Bäume werden da eingesetzt? All diese Fragen haben wir uns natürlich auch selber gestellt. Und am Schluss würde es dann angenommen werden, auch von den Autofahrern beispielsweise oder von Firmen, und Unternehmen, die eine Flotte haben, auch ein ganz wichtiger Punkt. Und all die Fragen wurden irgendwie positiv beantwortet. Und deswegen war das auch sehr schön, dieses Thema so aufzusetzen und dann umzusetzen. Und letztlich bekommt, also letztlich geht es darum, dass man auf einem CO2-Rechner, der ist online, jetzt einzigartig, im Moment kann jeder machen, aber letztlich bekommt der Autofahrer dann ein Zertifikat. Ich muss ja erstmal eingeben, was hat er denn für ein Fahrzeug, wie viele Kilometer fährt er im Jahr und welchen Verbrauch hat er über das ganze Jahr gesehen? Welche Motorisierung ist das? Das gibt er ein. Ist eigentlich relativ selbsterklärend alles. Innerhalb von einer Minute ist das alles eingegeben und dann rechnet einem der CO2-Rechner einen Verbrauch eben aus, eine Emission aus, eine Jahresemission aus. Gehen wir mal von einem Durchschnitts-Golf aus, der fünf bis sechs Liter Diesel oder Benzin beispielsweise verbraucht. Und bei 10.000 Kilometer Fahrleistung im Jahr sind wir ungefähr bei eineinhalb Tonnen CO2, die emittiert werden durch dieses Fahrzeug. Da gibt es natürlich Fahrzeuge, die kleinere Motorisierungen haben, 1,2, 1,3 Liter. Braucht natürlich etwas anderes, als wenn das eine 3-Liter-Motorisierung ist. Aber so kann man ungefähr bei eineinhalb bis zwei Tonnen CO2 durchschnittliche Emission hin, pro Fahrzeug pro Jahr. Und das kann wiederum kompensiert werden dann eben und eben auch investiert werden. Wir sind bei 99 Euro für die Tonne CO2-Kompensation über diese Seite und da wird eben dann zugleich diese Baumpflanzung angestoßen. Also man investiert quasi, bekommt dieses Zertifikat und dafür werden dann eben Bäume geflossen. Einmal ausprobiert, man muss sich das natürlich ansehen, auch diesen Rechner auch mal ansehen. Unsere Erfahrung ist, weil wir ja sehr online ausgerichtet sind, auch als Automobilclub, die Menschen machen das. Und weil wir sehr stark in den sozialen Netzwerken vertreten sind, ungefähr eine halbe Million Autofahrer direkt ansprechen können in Deutschland, glauben wir auch, dass dieses Projekt auf fruchtbarem Boden führt. So sieht das Zertifikat aus, das man dann kriegt. Ich habe mir das erste geholt. Der Herr Fausch hat gleich gesagt, er ist der Nächste. Und natürlich investiert, das ist das Zertifikat mit dem Golden Standard eben auch, diesem internationalen Zertifikatsbereich. Und zugleich gibt es auch noch Aufklieber. Sieht ein bisschen aus wie das alte Deutschlandschild auf den Fahrzeugen, mit denen man früher nach Österreich oder Italien gefahren ist. So war es mir angedacht. Aber es ist ein bisschen mehr. Es ist so eine Mischung aus Deutschlandschild und TÜV-Plakette, weil nämlich drunter auch noch steht, wie lange eben dann CO2 ausgeglichen wird. In dem Fall eben, ich habe es heute gekauft, bis 12,23. Also zwölf Monate oder gut zwölf Monate. Hier werden wir ein bisschen aufrunden, autofahrerfreundlich. Gut zwölf Monate geht das dann. Frage? Fangen wir da an? Ich habe ein paar Fragen. Die erste vielleicht vielleicht passend zu Ihrem Kauf. Wie viel kompensieren Sie denn? Ja. Ich muss drei Tonnen kompensieren. Einige Klimaforscher sagen ja, dass es die CO2-Reduktion zuerst über die Vermeidung und dann die Reduktion machen soll und dann erst die Kompensation. Sehen Sie Optionen 1 und 2 in München ausgereizt? Ja und es ist auch nicht die Entscheidung. Sondern ich finde, das sehen wir als Automobilclub so und das sind die Menschen ja in diesem Land auch so. Ich hatte ja eingangs erwähnt, es gab in Deutschland noch nie so viele Autos wie heute. Und im Übrigen auch in München noch nie so viele Autos wie heute. Nämlich ungefähr 730.000 zugelassene Picker. Das heißt, da kann ja nicht davon die Rede sein, dass man nur vermeidet, dann würde man sich ja keine Autos mehr kaufen. Ja und genau das Gegenteil ist der Fall. Und weil wir wissen, dass das Mobilitätsbedürfnis auch gerade nach Corona ungebremst hoch ist. Die Menschen wollen sich bewegen, die wollen mit dem Auto in den Urlaub fahren, die wollen auch wegfliegen. Glaub ich, dass wir da eben auch einen anderen Ansatz wählen müssen. Und dieser andere Ansatz heißt eben kompensieren. Und das ist dieser viel schönere Ansatz natürlich, als den Leuten einfach, als den Menschen immer nur verbieten zu wollen. Man sieht, man kommt mit Verboten nicht weiter. Die lehnen wir ab. Da würde ich kurz präzisieren, inwiefern unterscheidet es sich, wenn diese Maut unter Projekten zugute käme? Ist jetzt ein ganz anderes Thema. Aber wir glauben, dass das der falsche Weg ist im Moment, wo alle sowieso Energiekosten beladen sind, belastet sind. Auch noch Maut zahlen zu müssen, um dann in eine Stadt fahren zu können, um dann dort einzukaufen. Fragen Sie den Handel hier in München. Das ist sowieso alles sehr eng schon. Und das eine oder andere Unternehmen muss hier Insolvenz anmelden, immer mehr schließen hier. Das heißt, ich glaube, es ist der falsche Weg, einfach von einer Maut zu sprechen und eine Maut im Moment zumindest implementieren zu wollen. Davon abgesehen, wenn Sie es interessiert, können Sie gerne auf unsere Seite gehen. Wir haben mal eine repräsentative Befragung zur Innenstadt Maut gemacht. Repräsentative. Ja, Münchner und Umland und 70 Prozent der Menschen gehen genau. Herr Novski. Ja, aber wir kennen uns ja schon länger und ich kann mich gut erinnern, als die CO2-Abgabe kam und als die Benzinpreise hochgingen und die Dieselpreise in den zurückliegenden Monaten, da waren Sie mit der Erste, der eine Benzinpreisbremse gefordert hat und gesagt hat, Benzin darf nicht zu teuer werden. Jetzt machen Sie eigentlich dasselbe bloß andersrum, indem Sie den Leuten freiwillig vorschlagen, zahlt für euren CO2-Ausstoß. Wie kommt es denn zu dem Sinneswandel? Das eine sind Kosten, die den Autofahrern aufoktroyiert werden, wo sie mehr Steuern bezahlen. Wir haben in Deutschland so die höchsten Benzinpreise in ganz Europa mitunter. Wir waren sogar stellenweise letztes Jahr immer auf Platz 1 mit bis zu 2,50 Euro, manchmal 3 Euro für den Liter. Und wir glauben, dass das eine unzumutbare Belastung ist, gerade für Vielfahrer, für Pendler, aber auch für den ganzen Versorgungs- und Güterverkehr auf der einen Seite. Und dass man es auch anders machen kann, haben uns ja sofort andere europäische Länder vorgemacht, die sofort das Ganze gedeckelt haben und gesagt haben, okay, wir müssen, wir können diese unzumutbaren Belastungen nicht auf den Rücken der Autofahrer und der Versorgungsverkehrs austragen. Kroatien, Italien, aber auch Spanien oder Polen, die haben da sofort reagiert und haben da was gemacht, auch die Ungarn. Und die Deutschen sind dann immerhin nachgekommen und Christian Lindner hat es mit einem entsprechenden Vorlauf, aber sehr vernünftig finde ich, dann auch umgesetzt. Dass sie es jetzt wieder rausgenommen haben, halten wir für einen Fehler, denn man hätte das durchaus weiter so deckeln können. Gerade jetzt im Hinblick auf die ganzen Energiepreise, die ja auch gedeckelt werden sollen. Die Opposition, die Union fordert es ja, gerade für den Bereich Gas, da wird ja auch einiges kommen. Das hier ist ja ein anderer Ansatz. Das hier ist ja der Ansatz, wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und wir machen jetzt auch etwas, und zwar freiwillig. Genau, um eben aus diesem Verbotskreislauf rauszukommen. Zu sagen, wir haben Verantwortung, wir nehmen die Verantwortung wahr, wir kompensieren aber freiwillig, wir bleiben aber trotzdem mobil. Und zwar automobil. Und ich finde diesen Ansatz eigentlich sehr charmant. Und ich glaube, dafür sind die Menschen auch viel eher zu gewinnen, als immer nur mit Verboten zu argumentieren. Ja, aber es geht ja nicht ums Verbieten, sondern man könnte ja auch die CO2-Abgabe, die sie jetzt als Zertifikat verkaufen, sozusagen als CO2-Abgabe auf den Benzinpreis draufschlagen. Es ist nicht verboten und man müsste natürlich sicherstellen, dass das nicht im allgemeinen Staatshaushalt versickert. Also ich hoffe, die Leute vertrauen uns mehr als dem Staat und gehen dann den Weg des Freiwilligen, weil beim Staat wissen sie ja nicht, wohin es geht. Eine Steuer ist ja nicht zweckgebunden. Zumal ja schon viel Geld für die CO2-Steuer bezahlt wird. Gerhard Schröder hat ja schon eine Ökosteuer eingeführt, eine CO2-Steuer. Hat jetzt mal gar nichts gebracht. Ja, also die CO2-Bilanz wurde deswegen nicht besser bei Herrn Schröder. Dann kam jetzt die Bundesregierung noch unter Angela Merkel und hat auch die CO2-Steuer eingeführt, wo jedes Jahr nochmal was draufkommt. Und auch da sieht man keinen direkten Effekt, außer dem, dass der Benzinpreis teurer wird. Und bei uns gibt es den direkten, innerhalb dieser Kooperation, die direkte Umsetzung. Das Geld, das hier reinkommt, das hier freiwillig gibt und sagt, er möchte was tun, er sieht sich seiner Verantwortung und ist sich deren bewusst, wird direkt investiert. Dann hätte ich noch eine Frage, die geht vielleicht eher an die Baiger oder aber vielleicht auch an den Herrn Körner. Wenn wir jetzt 99 Euro für die Tonne, also was weiß ich, so Golffahrer mit 1,5 Tonnen, 150 Euro. Wie viele Bäume kann man denn damit pflanzen? Das hängt jetzt wieder davon ab, wie Sie das machen, wo Sie das machen, also welche Art von Maßnahme Sie planen. Wir können jetzt pro Hektar sagen, je nachdem bei Umbaugrößenordnung 500 Bäume pro Hektar. Sie können sagen, wenn ich Setzlinge auf einem neuen Feld habe, sind es vielleicht 1.800 Setzlinge pro Hektar. Für 99 oder für 150 Euro? Nein, nein, nein. Das ist jetzt der Wert. Aber klar, jedes Grundstück ist anders, wenn man einen Berg gehalten muss, ist aufwändiger. Aber es gibt da sicher so einen Durchschnittswert, was kostet es, eine Buche zu pflanzen? Das kann vielleicht sogar der Herr Körner als Waldbesitzer noch besser sagen. Ja gut, also bis ein Baum in der Erde ist, rechnen wir 5 Euro. 5 Euro, okay. Also so im Mittel, auch bei den verschiedenen Baumarten, die es gibt. Aber der Baum muss ja in der Baumschule erstmal angezogen werden, muss eine gewisse Größe haben, dann bringe ich ihn in den Wald. Also Sie müssen ja auch kaufen. Bitte? Sie müssen ja kaufen. Also was ist sozusagen der Endpreis von der Buche von der kleinen? Mit Sätzen. Also ich will einfach wissen, wie viele Bäume kann ich mit meinen 150 Euro für mein VW Gold... Das wären dann 30 Bäume bei 150 Euro, bei 5 Euro. Also ist 5 Euro der Endpreis. Also bis die Buche im Wald steht. Okay. Aber damit sie groß wird und auch weiter CO2 speichern kann, muss ich sie natürlich pflegen. Ich muss sie weiter begleiten und dann geht das weiter. Aber sagen wir, um den Schnitt zu machen, dass der Baum gepflanzt ist und seine Leistung erbringt, 5 Euro. Und was man dazu sagen muss, die Zertifikate sind ja sozusagen doppelt ausgelegt. Wir sagen ja, wir haben Zertifikate nach Goldstandard. Das ist das, was bilanzierbar an CO2 gebunden wird, setzt aber voraus, dass das im Ausland passiert. Regionale Zertifikate, Point of Pollution. Wo passiert das CO2-Ausschuss? Wo will ich das praktisch wieder aus der Luft rausnehmen? Ist hier, in Deutschland. Das heißt, die Projekte, die wir haben, finden hier in Deutschland statt. Und parallel sind wir dabei, dass wir bilanzierbare Zertifikate dafür einkaufen. Also eigentlich kompensieren wir doppelt so viel. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Versuch es nicht. Bitte nochmal. Was wir als Zertifikat verkaufen, sagen wir, wir haben x Tonnen CO2, die wir kompensieren für das Zertifikat. Das machen wir hier regional. In dem Zertifikat drin ist aber auch gleichzeitig der Goldstandard. Den gibt es aber in Deutschland gar nicht. Den kann ich hier gar nicht haben. Weil alles, was an CO2 über Wald gebunden wird, von der Bundesregierung bereits absorbiert wird. Das heißt, wenn ich das haben will, muss ich, wenn ich bilanzierbar CO2 binden will, muss ich das über Zertifikate aus dem Ausland machen. Typischerweise Indien, Amerika, wo auch immer. Und das heißt, was wir machen, wir stellen sicher, dass das, was auf dem Zertifikat steht, bilanzierbar ist, über den Ankauf von Zertifikaten aus anderen Ländern. Und wir haben die regionale Maßnahme, dass wir hier in Deutschland tatsächlich Wald anbauen. Und das ist das, was wir eben auch über unsere Plattform nachhalten, dass es wirklich passiert. Da würde ich nochmal eine Nachfrage stellen. Beim Klimaschutz geht es ja aber nur um die Menge CO2, die in der Atmosphäre sind und die immer mehr wird. Abgesehen davon, dass jetzt hier die bayerischen Waldbesitzer natürlich damit fördern. Aber klimatechnisch ist es doch letzten Endes völlig egal, wo der Wald entsteht. Weil das Klimaproblem entscheidet sich nicht dadurch, ob jetzt Bayern ein bisschen weniger CO2 und Indien ein bisschen mehr oder umgekehrt, sondern es geht nur um die gesamte Menge in der Atmosphäre. Dann müssen wir den Wert des Zertifikats in Tonnen sozusagen verdoppeln. Weil wir beides haben. Wir wollen wirklich auch regionale Maßnahmen. Natürlich kann man sagen, wo auf der Welt jetzt das CO2 gebunden wird, ist erstmal egal. Wichtig ist, dass man in Summe überhaupt wirklich CO2 aus der Luft wieder rausholen kann. Über welche Methode ist auch nicht so wichtig. Aber Wald ist halt eine, wie man es nachhaltig machen kann. Wenn ich zum Beispiel Bäume habe, die ich dann danach noch als Baustoff für Gebäude oder Ähnliches verwenden kann, dann kann es sogar länger binden. Also da gibt es Möglichkeiten, das sinnvoll zu tun. Und es gibt halt eben aus unserer Sicht den Bedarf, dass man sagt wirklich, wo passiert das? Das ist hier bei uns. Bis sozusagen das CO2, das ich in Indien absorbiert habe, von hier wieder abgezogen ist. Das wird auch eine Weile dauern, bis das statistisch dort angekommen ist. Also ja. Es geht doch gar nichts. Es geht doch nicht um die Statistik. Es geht doch um den Effekt. Ja. Deswegen sage ich ja, wir stellen das auf jeden Fall sozusagen doppelt sicher. Wir setzen den Wert in Tonnen an. Wir wecken den aber durch den Goldstandard nochmal ab. Also wir haben eigentlich die doppelte CO2-Leistung, die wir aus der Atmosphäre ziehen, als das, was wir auf dem Zertifikat verbriefen. Und noch eine letzte kritische Nachfrage, weil das ist mein Job hier. Wäre es denn nicht, meine Regionalität klingt immer so toll, aber ich habe beim Klimaschutz große Zweifel am Sinn der Regionalität, weil es ein globales Problem ist. Und zum Beispiel der Professor Radermacher, mit dem ich gestern Abend noch wegen einer anderen Sache telefoniert habe, der Berater von Guterresche, Sie kennen ihn vielleicht, der sagt immer, man muss das Geld für den Klimaschutz da einsetzen, wo man am meisten mit einer vorhandenen Menge Geld am meisten CO2 aus der Atmosphäre rausholen kann. Und deshalb sind die ganzen Klimaschutzbemühungen, die wir hier in Europa machen, wo Klimaschutz sehr teuer ist, wo uns ein Elektroauto eine Tonne CO2-Vermeidung am Ende zwischen 3.000 und 8.000 Euro kostet, was ein volkswirtschaftlicher Irrsinn ist. Mit dem gleichen Geld kann ich in Indien ein x-faches der Tonnen CO2 aus der Atmosphäre holen, als mit einem BEV, das ich hier mit wahnsinnig viel Steuergeld subventioniere. Und ich könnte mir vorstellen, mit Aufforstung ist es ähnlich, einen Baum in Indien zu pflanzen. Es kostet vielleicht aufgrund der Löhne, aufgrund, keine Ahnung, es ist nur eine Vermutung, weiß ich nicht, kostet auch nur vielleicht ein Drittel, ein Fünftel einer Buche hier beim Herrn Körner in seinem schönen Wald bei Nürnberg. Das ist sicher ein Thema, wo man immer im Einzelfall nachgucken muss. Aber mir fallen auch noch ganz andere Maßnahmen ein. Also man kann auch in der Landwirtschaft sehr viel machen. Ich kann teilflächenspezifisch bearbeiten, ich kann über heutige Modelle weiß ich, wann braucht eine Pflanze wie viel Wasser, wann braucht sie wie viel Dünger. Heute wird das einfach in vielen Fällen tradiert gemacht. Also auch da habe ich Optimierungspotenziale, das beschränkt sich ja gar nicht auf das Thema Wald. Und das ist auch ein Thema, das man nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland machen kann, das natürlich auch überall auf der Welt wirkt. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, wo man an dem CO2 schrauben kann. Und dann hängt es von der einzelnen Maßnahme ab, wo ist die am sinnvollsten aufgehoben? Wo kann ich die auch wirklich nachhalten? Wenn ich auf der einen Seite sage, in Brasilien habe ich zehn Bäume gepflanzt, auf der anderen Seite habe ich so und so viel Hektar Wald abgebrannt, ist das jetzt vom Nettoeffekt besser, als wenn ich das hier mache, wo ich wirklich weiß, dass es nachhaltig ist? Also deswegen, ja, es ist ein globales Problem, es ist ein Riesenproblem. Es ist ein Problem, das so langsam transparent wird. 1,5-Grad-Ziel ist weit, weit weg. Im Moment ist man eher bei zweieinhalb plus Grad. Und wenn man sich das anguckt, was das für Wirkungen hat bis zum Ende des Jahrhunderts, dann ist das wirklich dramatisch. Und deswegen auch aus unserer Sicht, es ist hilfreich und wichtig, wenn man die Leute hier sensibilisiert für das Thema. Und ich denke, man lässt sich leichter sensibilisieren, wenn man das wirklich auch sehen kann. Ich kann die Bäume bei meinem Kana angucken. Ich gehe hin, schaue mir die angepflanzten Bäume an, und in zehn Jahren kann ich gucken, sind die immer noch da. In Indien werde ich das nicht machen. Das ist ein Argument. Vielleicht kann ich da, das würde ich nämlich da auch gerne einhalten. Zum einen ist das Projekt ein regionales Projekt. Die Menschen sind ja momentan sehr sensibilisiert auch für regionale Projekte. Das geht schon bei der Ernährung an. Ich möchte gerne wissen, wer macht das eigentlich, wo ist der und wo kaufe ich was? Und so ähnlich ist es ja hier auch. Natürlich kann ich sagen, okay, mag in Indien diese Projekte auch durchaus sinnvoll sein. Und alle diese Projekte haben ihren Nutzen. Aber wenn ich es hier habe, kann ich es auch sehen. Ich kann es betrachten. Ich kann theoretisch den Wald von Herrn Körner in dem Fall mir auch ansehen, wie er wächst. Der wird kultiviert, der wird gepflegt. Da gibt es auch die eine oder andere Wasserstandsmeldung immer wieder dazu. Wo sind wir denn eigentlich? Auch das kostet natürlich Geld. Mein Baum ist ja nicht getan, dass er nur eingepflanzt wird. Und dann bleibt er da 80 Jahre oder 100 Jahre und ist irgendwann riesengroß und absorbiert ganz viel CO2. Sondern das muss ja auch gepflegt werden. Auch das kostet alles Geld. Und das kann ich alles hier regional natürlich dann sehen und betrachten. Und deswegen ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass diese Projekte dann auch hier stattfinden. Und ich glaube, die Menschen können auch besser sensibilisiert werden für diese Projekte, wenn sie hier stattfinden. Wenn sie nahbar sind. Wenn es greifbar ist, das Ganze. Wenn wir darüber berichten können, als wenn das irgendwie neudäglich ist. Eine letzte Lernfrage. Dann bin ich auch schon wieder ruhig. Auf dem Folder steht auch noch drauf, Powered by Combine. Wer ist denn eigentlich Combine? Ist das die Plattform, die Computerfirma? Genau. Nein, das ist, wir haben das innerhalb der Baybar gemacht. Und haben das als eigenes Produkt sozusagen gelauncht. Das ist, die Baybar ist ein klassisches Handelshaus. Macht erneuerbare Energien. Ist viel im Akar- und Baustoffhandel unterwegs. Und das ist jetzt eine Software-Applikation. Das haben wir mit dem Namen belegt. Das ist sozusagen eine eigene Marke. Sie hatten noch eine Frage. Können Sie vielleicht noch einige Beispiele nennen, wo denn auch Bäume gepflanzt werden? Außer in der Nähe von Nürnberg jetzt. Das wird das Erste. Das Zweite ist, wie wird denn genau sichergestellt, dass diese Pflege eben passiert. Langfristig. Und ja, das war immer das Erste. Also ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir innerhalb der Baybar sehr gute Kontakte haben. Sehr gut vernetzt sind. Und auf die Art sicherstellen, wo können wir Projekte machen. Wie viele Projekte wir haben, hängt jetzt natürlich von der Resonanz ab. Also wenn jetzt unsere beiden Zertifikate die einzigen wären, dann glaube ich, ist das relativ schnell. Wir gehen jetzt nicht mehr an und sagen, so viele Bäume sind das jetzt. Er wird sich nicht wirklich freuen, weil das fast nichts ist. Aber da wird es ja nicht dabei bleiben. Das heißt also, die Frage, wie groß ist die Resonanz? Wenn die jetzt sensationell wäre, dann würden wir wahrscheinlich eine Aufgabe haben, das möglichst schnell hinzubekommen, dass man die ganzen Bäume setzt. Wir gehen davon aus, dass das eine Entwicklung ist, die beherrschbar ist. Wenn wir also mit den Mengen an Wald hinkommen und dann werden wir vorzuschauen, welche Waldflächen können wir kriegen. Also das muss sich jetzt entwickeln. Das hängt jetzt eben, wie gesagt, vor allem von der Resonanz ab. Aber das Schöne ist, dass... Im Moment ist es dieser eine Waldkorn, der jetzt mit den ersten Zertifikaten gepflanzt und gewirtschaftet wird, übersteigt den Bedarf dort dann... Wir haben schon ein anderes Projekt gehabt, das war jetzt nicht diese Art der Zusammenarbeit. Wir haben in der Bank zusammen das gemacht, die für ihre Mitglieder Bäume pflanzen. Also wir wissen, dass wir größere Mengen an Bäumen gepflanzt bekommen. Das funktioniert und wir werden jetzt hier einfach sehen, wie dynamisch sich das entwickelt. Und dann müssen wir halt entsprechend auch die Ressourcen bereitstellen, um das zu ermöglichen. Aber wir sind da sehr positiv, dass wir das hinkriegen. Per se können alle 48 Millionen Verbrenner in Deutschland über unser gemeinsames Projekt kompensiert werden. Wäre möglich. Ja, dann gibt es viel Wald, viel neuen Wald. Aber das passiert natürlich auch nicht von heute auf morgen. Ja, so ein neues Projekt... Das stecken wir übrigens, wie viele andere Projekte auch, die da alle gut sind. Da gibt es ja im Netz schon einiges, die international so aufgestellt sind. Aber das entwickelt sich und da steckt vieles in den Kinder schon. Aber es ist die richtige Entwicklung, der richtige Weg. Und unsere Experten, will jemand da was sagen? Ja. Ich traue mich mal eins zu sagen, weil die nach den Standards gefragt hatten, wie wir das denn jetzt wirklich abwählen. Und wir haben dazu einen Klimawaldkodex entwickelt. Und in diesem Klimawaldkodex ist festgelegt, welche Maßnahmen vor Ort stattfinden, in welcher Kooperation die stattfinden müssen. Also mit forstlicher Beratung zum Beispiel. Dass also nicht jemand, ich sag mal eine Christbaum-Pantage da draußen hinbaut, sondern wirklich einen lokal angepassten Wald wachsen lässt. Der ist relativ umfangreich, dieser Kodex. Den diskutieren wir natürlich vorher mit den Partnern. Die müssen sich darauf verpflichten. In dem Fall ist der Partner eben rebalanced. Und auf der anderen Seite sind die Partner die Waldbesitzer in Bayern, auch in Baden-Württemberg, wo das Ganze sich hin ausdehnen wird und werden soll. Da arbeiten wir in erster Linie mit dem Privatwaldbesitz zusammen, weil dies ja zu fördern gilt. Da haben wir in Bayern, Herr Körnachdorp, eine Million Privatwaldbesitzer, so ungefähr. Das heißt, Potenzial ist da wirklich. Und wenn wir jetzt die 48 Millionen von Herrn Dr. Haberland annehmen würden, hätte da jeder was Gutes getan, und zwar regional Gutes. Und was hier vorhin gerade die Frage war, oder vorhin die Frage war, dass natürlich die Gesamtbilanz, CO2-Weltgesamtbilanz, die ist wichtig natürlich. Und der Hebel ist wahrscheinlich in einem kostengünstigeren Land größer und die Effekte natürlich auch. Aber wir sehen in Bayern und im Waldbau in Bayern, dass wir auch regional-klimatische Effekte haben von einem Klimawandel. Das sehen Sie ja, wenn Sie von über die Autobahn oder mit dem Zug, mit dem Zug sieht man gerade nichts, weil der eingebaut ist, von München nach Kassel fahren, dass zum Beispiel da dann keine Fichtenwälder mehr sind, dass der Harz-Fichtenwald frei ist. Und da muss eben auch was passieren. Und deswegen diese regionalen Lösungen, unser Schwerpunkt, jetzt aus Beibersicht dann auch, regionale Lösungen zu finden mit den Partnern vor Ort. Und da fühlen wir uns sehr gut im Boot. Wir wissen aber auch die Verlässlichkeit mit den Waldbesitzerverbänden, die es hier in Bayern ja gibt, mit den Bauernverbänden, die es in Bayern gibt, mit denen wir im Gespräch sind und mit denen wir dann in die Zukunft gehen wollen. Kleine Ergänzung. Es ist nicht unerheblich, wo kompensiert wird. Ob man jetzt nach Indien geht und für 5 Euro 10 Bäume kriegt oder so. Nein, hier entsteht der Schaden. Das Bundesministerium hat festgestellt, es sind 450.000 Hektar entbaldet worden, Kahlflächen. Die gilt es wieder aufzuforsten. Und wir haben hier ja, das ist die alte Geschichte der Nachhaltigkeit, die hier erfunden wurde. Die Rahmenbedingungen sind einfach perfekt in Deutschland. Von der Struktur, der staatlichen Struktur, der Betreuung der Waldbesitzer und Beratung, bis hin zur Selbsthilfe, Einrichtung von Zusammenschlüssen, also die Eigenmotivation. Und dieses nicht nur Kulturerbe, sondern Klimaerbe von einem bestehenden Wald, den gilt es zu erhalten hier im Lande. Dann nützt es nichts, wenn wir jetzt, ich sage es mal plapsig, saufen für einen Regenwald mit Kombacher. Das kann keiner kontrollieren. Das weiß man nicht, was da passiert. Hier ist der Bedarf da, wenn wir allein umrechnen, 450.000 Hektar bei einem durchschnittlichen Waldbesitz von 2,3 Hektar in Bayern pro Eigentümer oder Eigentümerin. Es sind 54.000 Bayern oder Deutschland? Nein, das ist der deutschlandweite Deutschland, wenn Sie an Oberfranken denken, den Harz, Mitteldeutschland, Nordwestfalen, Sauerland, da sind die Wälder weg. Da sieht es aus wie in Griechenland auf den Inseln, wo wir gerne Urlaub machen, da war früher auch mal Wald, aber der ist jetzt weg. Wir haben noch den Anspruch, da wieder Wald hinzubauen und das geht nur hier. Und das geht nur mit den Waldbesitzern, die sich hinstellen, bücken und die Pflanzen in die Erde bringen. Das war der Gedanke, 450.000 Hektar Kahlfläche bei einem durchschnittlichen Waldbesitz von 2,3 Hektar haben 220.000 Menschen ihr Eigentum verloren. Also sie sind noch Eigentümer, aber der Wald steht nicht mehr da. Das ist ja auch noch eine soziale Komponente und eine vermögensrechtliche Komponente. Und die stehen mit ihrem Waldbesitz vor dem Nichts und sind dann natürlich dankbar, wenn trotz der guten Situation in Deutschland mit Förderung und Beratung und so weiter, das kann der Staat aber nicht alleine schaffen, wenn da regionale Unternehmen kommen, Verbände, Clubs und sagen, wir wollen hier was machen. Und das kommt gut an. Gibt es noch weitere Fragen? Nein, ich glaube wir machen sowieso noch Einzelgespräche dann wahrscheinlich und Interviews. Aber ansonsten, wo sind wir in der Zeit? Perfekt eingehalten, würde ich sagen. 60 Minuten wollten wir schaffen. Unter 60 sind wir geblieben. Ich freue mich über eine schöne Berichterstattung, dass alle auch hier gewesen sind, alle Experten auch gekommen sind. Hier haben Sie die besten Experten wirklich zu diesem Thema, die es in dem Bereich gibt. Dementsprechend, Herr Nowski, den Leissner auch gerne dann eben entsprechende Interviews noch. Und ich freue mich auf das Projekt jetzt. Wir machen auch immer wieder eine Wasserstandsmeldung. Man kann es übrigens auch online ablesen, tatsächlich wie viele Bäume dann eben gepflanzt werden, wie viel auch hier eingekauft wird von den Autofahren und hier am Schluss kompensiert wird. Und darauf freuen wir uns und freuen wir natürlich, dass wir sowohl für die Mobilität in Zukunft was tun können, als auch für die Nachhaltigkeit und Zukunft unserer Natur. Und damit man das ausprobieren kann, wie das mit den Baumpflanzen ist, haben wir für jeden auch noch einen Setzling hier. Hier darf man sich aussuchen, wo man ihn setzt, hoffentlich da, wo er auch eine Chance hat zu überleben. Ein absolutes Muss bitte. Jeder, der da ist, darf sich bitte so ein Sässchen gerne mitnehmen. Wir haben im Angebot Buchen, Douglasien und, glaube ich, Tannen. Einmal immer grün und einmal nicht immer grün, aber bitte gerne nach Hause nehmen und gerne auch einpflanzen. Damit ist der erste Schritt schon getan. Was Sie jetzt zum Guerilla-Gardening aufrufen haben? Habe auch selber schon gemacht. Aber ich glaube, ich habe viel mehr Bäume gepflanzt, als ich für meine Autos hätte schon tun müssen. In diesem Sinne, alles Gute. Vielen Dank. Vielen Dank.